Ich bin Ove von T&T E-Mobility. Herzlich Willkommen. Ja, ich mache ja nicht nur Tesla, wie die meisten von euch auch schon wissen, sondern wir machen auch ID.3. Heute haben wir einen Kunden, der hat Probleme mit seinem ID.3, Vibrationen im Lenkrad und Windgeräusche. Windgeräusche konnten wir schon so ein bisschen herausfinden, wo die herkommen. Und einige Sachen wurden auch schon eliminiert über die Heckklappe, die Windgeräusche gemacht hat. Und A-Säule beim Windleitblech rechts, das war nicht richtig eingeklipst. Wir hoffen, dass es gleich vorbei ist. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie so ein ID.3 von unten aussieht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 gefundenen im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Ja, wie ihr seht, ganz normal, etwas mehr Versiegelung gerade in den Stoßblechen. Das heißt, hier wurde natürlich nach alter Volkswagen-Manier doch drauf Wert gelegt, dass nicht sofort alles korrodiert. Aber ansonsten sind auch hier die Querlenker ganz normal einfach lackiert, wie beim Tesla ebenso. So, man sieht es ja hier, Schrauben genommen, die auch rosten könnten. Jeder Stabilisator ist aus Kunststoff. Da seht ihr auch die Antriebswellenköpfe, die auch schon verrostet sind, auch da drin in der Radnabe. Das ist alles normal, wie bei einem Hersteller, das sage ich ja seit Jahren. Also ganz großartige Rossvorsorge dazu gar nicht. Auto hat 6.000 Kilometer gelaufen. Und ja, das passiert halt, wenn man ein bisschen durch Salz fährt, dann fängt es halt an. Also nichts Außergewöhnliches. Ich wollte euch das Auto nur mal von unten zeigen. Die Vibrationen im Lenkrad, die konnten wir bisher nicht lokalisieren. Ich muss auch dazu sagen, für mich fährt das Auto normal. Der Kunde scheint sehr feinfühlig zu sein. Was es gibt, ja, das verstehe ich. Wir haben eine ganz leichte Unwucht in der Bremsscheibe rechts. Die ist aber so gering. Wir haben eben erst mal richtig schön das Fahrzeug frei gebremst. Ihr wisst ja, bei einem Elektroauto wird oft nicht gebremst oder zu wenig gebremst. Und dann bilden sich natürlich unter den Bremsklötzen Rostplacken zwischen Bremsscheibe und Bremsklotz. Und die können auch eine Unwucht erzeugen. Ja, das ist richtig. Wenn man dann feinfühlig ist. Wir haben es frei gebremst. Muss man sehen, der Kunde ging gleich das Probefahrt. Und ich denke, falls ich mich nicht mehr melde, ist alles gut. Ja, die Verarbeitung bei diesem Pro hier, 58 Kilowattstunden, 204 PS, ist okay. Hier gibt es natürlich auch Versätze, wenn ihr das hier seht. Hier ist ein kleiner Versatz. Der Stoßfänger steht vor. Hier oben, das sieht gut aus, kann man nicht meckern. Aber dann könnt ihr sehen, auch hier ist der Spalt dann doch viel kleiner, als wenn er hier aufgeht. Und hier geht er zwar gleichmäßig um die Haube, hier nicht. Nur mal so. Ansonsten, ganz normal verarbeitetes Fahrzeug. Der Spalt der Tür sieht gut aus. Es ist natürlich mittlerweile ein Volumenfahrzeug. Der Spalt sieht auch gut aus. Der Spalt sieht auch gut aus. Sind auch alle im Plus. Stehen also ganz minimal über des hinteren Bauteils. So soll es sein. Die Heckklappe, die wurde etwas tiefer gelegt. Die stand hier oben hoch und hat dadurch Windgeräusche erzeugt. Das heißt, wenn der Wind hier rüber pfeift, dann ist er hier reingezogen und hat Geräusche erzeugt. Jetzt haben sie die Klappe ein paar Millimeter runtergesetzt. Das passt dann trotzdem immer noch hier mit dem Spalt. Wobei dieser Spalt hier dann doch kleiner ist, als dieser Spalt. Aber das macht man nicht alles, damit es Ruhe ist. Ihr könnt es jetzt hier oben auch deutlich sehen. Die Dachkante steht über der Heckklappe. Schaut mal bei eurem ID.3, ob es bei euch genauso ist. Ja, ansonsten ein ganz normal verarbeitetes Auto, wie ich schon gesagt habe. Etwas besser noch als ein Tesla Model 3 in meinen Augen. Hier stehen ja genug rum. Und auch von innen finde ich es ein bisschen nüchtern. Also die Stoffe, die Art der Stoffe, die Auswahl der Stoffe finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht schön. Hier ist leicht unterschäumter Kunststoff. Die Verkleidung ist hart. Das Fahrgeräusche habt ihr gehört, ne? Ich habe eigentlich noch nie ein Video über den ID.3 gemacht, ne? Ich fühl mir gerade einen. Ich finde den ganz gut. Ich finde den ganz gut. Ich finde das ganz gut mit dem Armaturenbrett hier hinter dem Lenkrad. Mit dem, der Bildschirm könnte ein bisschen größer sein. Wenn Sie hier schon so einen Kasten mitten in den Raum stellen, dann sollten Sie es schon ein bisschen größer machen. Aber hier ist es auch weich hinterfüttert. Da nicht. Das auch nicht. Da unten auch Plastik. Also nur das ist weich. Das ist ein bisschen billig gemacht. Aber es ist halt so in der Preisklasse, denke ich, mittlerweile echt üblich. Trotz allem machen Sie dann immer noch, um denn diese billige Art und Weise oder günstige Art und Weise der Fertigung zu kompensieren. Hier Hochglanzlack rein und natürlich das Lederlenkrad obligatorisch. So ein paar in Silber lackierte Applikationen, damit es dann noch ein bisschen wertig aussieht. Ja, das hier mit dem schwarzen Mittelkonsolen-Oberteil mit dem Hochglanz, das gefällt vielen nicht. Das habe ich schon mitbekommen. Aber ansonsten Heck. Fensterheber hinten auch nicht drin. Das kann ich auch nicht verstehen. Das muss doch heute alles Serie sein, oder? Er fährt gut. Ich bin da vorhin mitgefahren. Er fährt wirklich gut. Er fährt ruhig. Ich mag das Auto. Es macht mir Spaß zu fahren. Was natürlich schade ist, bei 160 abgeregelt. Aber da geht die Reise hin. Ich denke, das werden wir in Zukunft öfter sehen. Ja, würde ich mir so ein Auto kaufen. Also ich bevorzuge dann doch lieber das Model 3. Es hat mehr Punch. Definitiv. Selbst der Standard-Range hat mehr Punch, wenn du draufdrückst, als ein ID. 3 hier in dieser Pro-Ausführung mit dem 58 Kilowattstunden-Akku. Und der Akku im Model 3 Standard-Range hat auch nicht mehr, hat 50 Kilowattstunden. Ja, und die Verarbeitung, da ist der ID.3 ein bisschen weiter weg noch als das Model 3. Das kann ich schon deutlich sagen. Aber mir ist das Design in dem Model 3 dann doch lieber mit dem einzelnen Bildschirm und der Leiste, beziehungsweise dem flachen Armaturenbrett, als das, was ich hier sehe. Was natürlich schön ist, und das könnt ihr hier auch vielleicht sehen, da hinten in der Scheibe, ist das Head-Up-Display mit der Darstellung auch während der Fahrt. Das finde ich wirklich gut. Das habe ich mir auch immer gewünscht in dem Tesla. Aber es soll nicht kommen. Ja, kurzer Einblick nur ins ID.3. Eigentlich wollte ich ihn euch nur von unten zeigen. Vielen Dank für die Zuschauer und ich bin Uwe von D&T Mobility. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, wenn nicht, dann auch egal. Und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, Elektroauto steht da, dann steht da.